Die Augenringebehandlung, wir könnten jeden Tag mehrere Videos hierzu zeigen, weil wir es einfach nur sehr häufig durchführen und ich denke, das zeigt auch, dass die Patienten dieses Vertrauen auch haben, auch in dieser sehr sensiblen Region zu uns zu kommen und die perfekten oder beinahe perfekten Ergebnisse hier auch zu bekommen. Wieso beinahe? Weil manchmal, wenn die Augenringe sehr tief sind, eine Folgebehandlung notwendig ist und erst dann das Ergebnis zu einer Perfektion kommt.